Ich bin Guru Surya und wir wollen heute zusammen ein bisschen meditieren. Ich habe noch Sahishka dabei und Govasan Singh. Wir chanten ein Mantra während der Meditation und das unterstützen wir musikalisch. Und die Meditation, die wir machen wollen, ist dafür da, den Hypothalamus zu stimulieren und die Energie im System zu stimulieren. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Geschichte, die wir alle gebrauchen können. Zu meiner Person, die Anleiter sollen sich in diesem Rahmen ein bisschen vorstellen. Ich habe, ich sag nochmal, sein und Guru Devsing 1995 kennengelernt und praktiziere und lerne seitdem immer noch, immer noch, man lernt nie aus in diesem Fach. Und Berichte in der Ausbildung in der Armstadt seit 2003 in der Anleiter Stufe 1 und Stufe 2. Und ja, ich freue mich, dass es hier dieses Forum gibt, wo wir mal eine Meditation online teilen können. In diesen Zeiten ist das sehr, sehr sinnvoll. Okay. Dann setz dich gerade hin. Entweder du sitzt im Schneidersitz oder du in einem Wochenstuhl sitzt. Dann achte darauf, dass das Gewicht gleichmäßig auf deine Beine verteilt ist und auf deine Probacken, dass die gleichmäßig belastet sind und dass deine Wirbelsäule aufrecht ist. Das ist ganz wichtig. Dann bring die Hände vor die Brust. Die Daumen sind in deinem Brustbein. Drück die Händenblechen etwas zusammen, sodass sich deine Wirbelsäule nochmal aufrichtet und nach vorne gewirbt. Und schließ die Augen. Atme tief ein durch die Nase. Atme vollständig aus durch die Nase. Und dann atme tief ein durch die Nase zu Beginn. An x-령 ent prayet, was du. An x-령. Am s-trai. Am s-trai. Am s-trai. Im s-trai. Am s-trai. Am s-trai. Am s-trai. Amen. 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 Atme tief ein. Halt den Atem. Press die Handflüssen noch ein bisschen stärker. Zentriere dich. Fokus auf die dritte Augen. Komm ganz in den jetzigen Moment an. Sei präsent. Und dann atme aus. Und entspann den Atem. Okay. Dann erkläre ich die Meditation. Zum Sitzen habe ich schon gesagt, dass ihr gut und aufrecht sitzt. Das Mudra. Eine Handhaltung, die wir einnehmen, und zwar legt die Zeigefinger aneinander, die Spitzen, und legt die Knöchel, also den zweiten Knöchel, von der Fingerkuppe gezählt, des Mittelfingers, oder der Mittelfinger aneinander. So. Das kannst du hier sehen. Okay. Und dann legst du den Daumen auf das erste Glied des Mittelfingers. Jeweils. Und die beiden anderen Finger, also Ring und kleiner Finger, sind in die Handfläche eingerollt. Und dieses Mudra, sieht dann von oben so aus. Okay. Seht ihr das? Das haltet ihr auf Höhe des Zwerchfells, vor dem Körper. Also es gibt, hier so ein Dreieck, mit den Mittelfingern, und unten die Daumen drücken, auf die, also im Prinzip unterhalb vom Nagel, aufs Nagelbett. Und es ist wichtig bei diesem Mudra, dass ihr wirklich auch Druck anwendet. Also nicht einfach nur irgendwie so. Richte dich auf, und presse die Zeigefinger aufeinander, presse die Mittelfinger aufeinander, und presse die Daumen auf den Mittelfinger. Wir stimulieren hier mehr die Handpunkte. Und das funktioniert am besten, wenn wir ein bisschen Druck anwenden. Dazu chanten wir das Mantra, Harinam Satanaam Harinam Harin. Und da ist es auch wieder wichtig, wir stimulieren auch damit die Handpunkte beim Mantra-Champen. Versuch wirklich, das R zu rollen. Das hat Yogi Batschan, ja, Kuru TV auch, aber Yogi Batschan hat das sehr, sehr oft betont, wie wichtig das ist. Also versuch, dass du wirklich die Zunge in Kontakt mit deinem oberen Gaumen bringst, damit diese Interaktion stattfinden kann, und sich deine Gehirnströme entsprechend verändern können. Und die Augen sind geschlossen. Da gibt es keine speziellen Anforderungen. Wir machen das Ganze elf Minuten. Also richte dich etwas bequem ein. Und dann lass uns loslegen. Sing mit. Und es ist wichtig, dass wir praktisch zwei Wiederholungen von diesem Mantra auf einen Atemzug singen. Also nicht zwischendurch eine Atmung. Okay? Ich sage euch nochmal Bescheid, dass ihr das richtig versteht. Das ist wichtig. 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 Jetzt nicht atmen. Jetzt einatmen. Harinam, Satinam, Harinam, 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 Harinam. Harinam, Satinam, Harinam, Harinam, Harinam. Harinam, Satinam, Harinam, Harinam, Harinam. Harinam, Satinam, 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 Harinam. Harinam, 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 Harinam. Harinam, Harinam, Harinam. Harinam, Satinam, Harinam. Harinam, Harinam, 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 Harinam. Harinam Pari Harina Satana, Harina Hari Harina Satana, Harina Hari Harina Satana, Harina Hari Harina Satana, Harina Hari Harinam Satinam Harinam Satinam Harinam Satinam Harinam Satinam Harinam Satinam Harinam Hari Harinam Satinam Harinam Hari Harinam Satinam Harinam Satinam Harinam Satinam Harinam Hari Harinam Satinam Harinam Hari Harinam Satinam Harinam 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 Satinam Harinam 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 Amen. die 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 Satsang with Mooji 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 Satsang with Mooji